So und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 28. Spieltag. Es gab alles zusammen nur zwei Partien heute. FC Erzgebirge Aue gegen den FC St. Pauli 1 zu 3 und Paderborn schlägt Bochum mit 3 zu 0. Zu dem Spiel hier bei uns im Erzgebirgstadion das Heimspiel der Feilchen gegen die St. Paulianer. Zuerst blickt aufs Spiel der St. Pauli-Cheftrainer Timo Schulz, bitte. Ja, ich glaube, wir haben heute einen sehr guten Auftritt meiner Mannschaft gesehen. Es hat wirklich Spaß gemacht, zuzugucken. Aue sehr kompakt, sehr zweikampfstark, haben immer wieder versucht, uns vom Tor wegzuhalten, wollten dann über Umschaltmomente ins Spiel kommen. Ich glaube, dass wir da in der ersten Halbzeit gerade in der Rückraumsicherung wirklich gut waren, haben uns dann natürlich vorne ein paar Chancen rausgespielt, sind dann auch sehr, sehr früh in Führung gegangen, was natürlich dann uns auch in die Karten spielt und freut mich besonders, dass wir heute mal zwei Standardtore gemacht haben. Die trainieren wir wirklich überproportional viel und bis jetzt ist dabei eigentlich gar nichts rausgekommen. Von daher freuen wir uns über den Sieg, treten jetzt die Heimreise an und werden uns dann gut aufs nächste Spiel vorbereiten. Kurz und schmerzlos und damit der Querpass rüber zu unserem Cheftrainer Dirk Schuster. Ja, Glück auf in die Runde. Ich glaube, Timo, Glückwunsch erstmal zum Sieg. Wollen wir euch, gesamten Verein, völlig verdient die Geschichte, völlig verdient die Nummer. Aber wir haben uns das natürlich ganz anders vorgestellt, ist ganz klar. Wir wollten speziell zu Martin sein im dreihundsten Spiel hier punktemäßig was da behalten, nach Möglichkeit sogar die magische Zahl von 40 erreichen. Im ersten Matchball haben wir da total versemmelt. Es war ein verdienter Sieg, wo man auch mal akzeptieren muss, dass eine Mannschaft hierhergekommen ist, die mit breiter Brust aufläuft, der immer den Spaß am Fußball merkt, die vorne top besetzt sind, wo sie alles dabei haben, über Tempo, Wucht, sehr viel Schnelligkeit, Torgefahr, technisch-taktisches Vermögen, gutes Zusammenspiel und das auch mit dem Rest der Mannschaft harmoniert hat. Und wenn wir natürlich dann so ein Spiel angehen und in der ersten Minute dann schon zurückliegen, weil wir genau das machen, wovor wir vor dem Spiel gewarnt haben, nämlich in die Mitte nach Balleroberung zu spielen, wo Pauli mit der sehr engen Raute sofort ins Gegenpressing geht, dann Eckball draußen steht, auch den schlecht verteidigen. Das hat uns natürlich nicht gerade in die Karten gespielt. Wir hatten zwar danach noch ein, zwei Möglichkeiten, speziell in der ersten Halbzeit, das zu egalisieren, haben da aber nicht die richtigen finalen Lösungen gefunden vorm Tor und der Torwart konnte halten oder wir wurden geblockt, sodass es uns dann Pauli in der zweiten Halbzeit unmittelbar nach Wiederanpfiff vorgemacht hat, wie man mit solchen Torsituationen umgeht. Und auch das 3-0, identische Standardsituation wie vorm 0-1, ja, da fällt mir relativ wenig dazu ein, wie man das noch irgendwie in irgendeiner Form besprechen kann, wenn es dann wieder so passiert. Aber vor dem Hintergrund haben wir uns dann nicht ergeben und kein Wartelow erlitten, sondern haben noch das 1-3 gemacht, einen Ehrentreffer geschossen. Mehr haben wir heute nicht verdient gehabt. Pauli war besser, Punkt, muss man so hinnehmen. Glückwunsch nochmal zu der Entwicklung, die er gemacht hat nach einem sehr schweren Saisonstart, wie er jetzt dasteht, wie er euch in der Rückrunde als punktbeste Mannschaft geschlagen hat. Hut ab davor. Und wir werden trotzdem wieder aufstehen und versuchen, das beim nächsten Mal besser zu machen. Da sagen wir vielen Dank unserem Cheftrainer Dirk Schuster. Ja, und vielleicht hat sich Timo Schulz vorhin etwas kurz gehalten, weil er wusste, dass noch Fragen von der Hamburger Presse kommen. Und die hat jetzt aufbereitet meine Pressesprecherkollegin Anne Kunze. Anne, leg los. Vielen Dank. Timo, pass auf, erste Frage kommt von Carsten Harms vom Hamburger Amplatt. Er fragt, du hattest Verteidigertore gefordert. Ist Luca Zander ein besonders gelehriger Schüler? Ja, erstmal Glückwunsch an Luca, waren seine ersten beiden Tore, ich glaube im 68. Spiel. Das heißt dann auch schon einiges. Er ist eigentlich unser Kopfballstärkster Spieler. Aber heute war das Einlaufverhalten am zweiten Pfosten top. Ist dann natürlich auch ein bisschen Glück dabei. Dabei wird dann auch vom Gegenspieler noch verlängert. Ich glaube, genauso wenig, wie man das zu 100 Prozent trainieren kann, so kann man es auch nicht zu 100 Prozent verteidigen. Heute waren wir die Glücklichen, die da Profit draus schlagen können. Nächstes Wochenende vielleicht eine andere Mannschaft. Dann nochmal Carsten Harms, hattest du nach dem Gegentor noch leichte Sorgen, dass der Sieg in Gefahr gerät? Nee, irgendwie nicht. Also ich war irgendwie ruhig, hatte das Vertrauen in meine Mannschaft, dass sie auch die Situation lösen werden. Hatte eigentlich eher gehofft, dass wir mit dem Vierten dann den Deckel drauf machen. Ich glaube, die Gelegenheiten dazu waren da. Aber mit dem 3-1 können wir natürlich auch sehr gut leben. Dann Michael Ackermann von der BILD möchte gerne wissen, bist du trotz der vielen vergebenen Chancen zufrieden? Ja, habe ich den Jungs auch danach im Kreis gesagt. Heute ist kein Tag, wo man meckern soll, wo man den Finger in die Wunde legt. Wir haben in Aue gewonnen, das passiert nicht ganz so oft. Von daher, großes Kompliment. Dann Stefan Krause von der Mopo. War das in der Summe nahe am Optimum? Viel besser kann man auswärts eigentlich kaum auftreten. Naja, Thema Chancenverwertung, glaube ich, waren wir nicht so nah am Optimum. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden, wie die Mannschaft das heute wieder gelöst hat. Genauso wie die letzten beiden Spiele dominant gewesen. Trotzdem relativ wenig zugelassen. Also der Weg, den wir gehen, ist genau der richtige. Dann habt ihr diese Art der Freistöße speziell trainiert. Ja. Und die letzte Frage. Ihr zeichnet euch diese Saison immer wieder dadurch aus, dass ihr schnell trefft. Heute auch wieder nach einer beziehungsweise dreieinhalb Minuten. Es wäre zu einfach, dass du das Zufall nennen kannst. Was machst du, damit die Jungs so schnell auf Betriebstemperatur sind? Also da gibt es kein Mittel für. Ich glaube, das ist so wie mit Standard gegen Toren. In der einen Saison kriegst du 21 und in der nächsten drei, obwohl du dich genau gleich verhältst, genau in der gleichen Ordnung spielst. Jetzt kommen wir in der letzten Zeit sehr, sehr gut aus der Kabine, sowohl zum Anpfiff als auch nach der Halbzeit. Ich glaube, ein wesentlicher Faktor dabei ist auch, dass die Mannschaft halt laut ist, dass sie gut miteinander kommunizieren, dass sie sich gegenseitig pushen. Und das ist natürlich gerade zu Beginn des Spiels, wo wir natürlich auch sofort nach vorne spielen wollen, ist das dann schon für den Trainer ein gutes Gefühl, wenn man merkt, dass die Jungs das alleine regulieren. Vielen Dank, Timo. Damit sind wir durch. Ausblicke auf Spieltag 29. Der FC St. Pauli am nächsten Samstag im Heimspiel gegen die Würzburger Kriegers. Stand heute findet das Spiel noch statt. Unser Spiel findet nicht statt beim Karlsruher SC. Da müssen wir abwarten, wann es denn mal so sein wird. Beide Mannschaften, wie auch immer, eine gute Vorbereitung auf diese Spiele und danke an beide Cheftrainer. Für heute, Glück auf und bleiben Sie gesund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017